Hallo Leute, hier bin ich, euer Tranke. Momentan ist hier endlich mal eines der Events, die Monsterrevolte. Die wollte ich euch schon mal zeigen und jetzt mache ich das. Das hier wird sich jetzt hauptsächlich nur um diese Revolte drehen. Offenbar geht es einfach nur Monster berühren, kämpfen, fertig. Keine Ahnung, was es hier auf sich hat. Was ist das für ein merkwürdiges Besaflor? Wieso hat er so viel Leben? Würde es mich vergewaltigen? Ich glaube, ja. Naja, ich glaube, mein Team. Was ein großer Fehler ist. Hä, wieso konnte der da durchlaufen und ich nicht? Was ist das für ein großer Fehler? Ist aber nicht viel Ort, wo man hinlaufen kann. Nein, das überlebe ich nicht. Das da überlebe ich. Glaube ich. Nein, ich werde es doch nicht überleben. Das ist erstens mega entwicklen. Und zweitens. Viel zu viel Leben. Das Ding hat Drogen genommen. Definitiv. Das da mach ich kaputt. Das da schaff. Nein. Letztendlich will ich dich kaputt machen. Hallo. Nein. Nein. Ich mach das jetzt so. Ich warte jetzt, bis die das Vieh vorgeschwächt haben. Und dann mach ich dem gar nicht einen Hieb. Und ich glaube, du kriegst du nur die Schimmer eben auswechseln. Du, dieser Knutsch am besten. So. Ernst, hat sich jetzt schon wieder geändert? Der ist wie wieder wie blöd. Mach doch schlaf, Bruder. Da sieht man's meine Funken können ohne mich schnaffi. Wir haben den Kampf jetzt wahrscheinlich verkackt. Sag ich doch. Ich bin mir interessiert, wer so eine Monster heute macht. Guck mal, bin ich hier beim Schaden ganz, ganz beschissen. Ich denke, du darfst doch wieder kämpfen. Ich würde die einfach stärker machen, aber das geht nicht. Kann ich das denn bekämpfen? Nein. Oh, schon kaputt. Ich warte jetzt erstmal kurz, bis das ein bisschen geschwächt ist. Komm. So. Jetzt mach ich's kaputt. Er hat auch gelacht. Diesmal lass ich das jetzt laufen, bis der Kampf vorbei ist. Doch. Ich denke, ich die nicht bestimmte Attacken verbieten kann. Wie viel Damage hat der gerade bitte gemacht? Da stand fast von 16.000. Ich weiß nicht. Ich muss die Schuhe antütteln. Ui, doch. Okay. Oh, hier hab ich ne Idee. Da fliegen weg und rum. Das sind hier bekannt, nicht? Blitz-Pokémon. Ja. Deswegen nehme ich hier mal Geokok. Das ist ein bodeniger Stein und damit müsste es gegen die Blitzattacken immun sein. Blitzattacken Zufall. Zufall. So viel zuerst ist. Zufall. 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 Viter. Ich wurde ja gerade mal so hart vernichtet. Das ist nicht so gut, dass ich mich nicht so gut fühle, dass ich mich nicht so gut fühle, dass ich mich nicht so gut fühle. Und jetzt sind wir schon wieder an oder gucken wir uns? Ja, das wird jetzt mein letzter Versuch irgendwie anständig Schaden anzurichten. Ich habe nicht mal ansatzweise Schaden gemacht. Ich wurde vergewaltigt. Ich wurde richtig hart vergewaltigt. Naja, damit verabschiede ich mich auch schon wieder. Ich wurde hier nur vergewaltigt. Deswegen hoffe ich, es hat euch gefallen. Nicht, könnt ihr auch ein Dislike anders nehmen. Das ist mir relativ schnuppe. Und ansonsten verabschiede ich mich jetzt und sage Tschau.